hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play battle block creator custom co-op mit katan hallo und ja wir haben uns wieder was rausgesucht zwar und zwar chapter 1 co-op tedios von was auch immer ach von tedios vor wahrscheinlich ne vor allem als ich das erst mal gesehen habe ich weiß nicht warum ich musste den namen tedios denken ich bin tedios tedios ja don't know why geh mal rein ja gucken was uns dieses mal bevorsteht ist immer hier so eine sache irgendwas gefunden da ist ein erdbeere ja das hast du gut gemacht ja ich wollte eigentlich schleudern weil da steht man soll schleudern aber man kommt auch so rüber ernsthaft nur katan schon katan macht es einfach natürlich dass du solltest da weg damit dass da lang laufen kann ja aber das stirbt da auch hä wo soll das hin willst du mich fressen ne aber das stirbt da rechts das stirbt da links ach wahrscheinlich sollen wir hier irgendwie ja geht doch mal da ja so muss das kannst du den anderen stein wegnehmen also ich habe mir ist eine sehr unkonventionelle treppe gebaut die sache ist die einen anderen stein will ich nicht wegnehmen ich will den hier drauf legen wow die muss hier oben rauf um uns zu schmeißen denke ich ah nee ich weiß wo die steine müssen da rechts hin damit die an den steinen lang latschen kann so jetzt läuft sie nicht in das schild rein dann macht die da wusch die sache ist nur jetzt kommt ich dann ja das ist schön aber ja geh mal weiter ja okay sie kommt einfach okay okay dann müssen wir das schnell hoch bevor sie da ist so warte ich muss hier vielleicht so zack okay okay jetzt jetzt perfekt sie ist also gar nicht zum schießen gedacht sondern ja geht durch da ist ein checkpoint jackie go ernsthaft was war das oh ja ich hab dir noch einen schub gegeben das kann man erwartet also hat man dann ja oder auch genau okay gibt es tut das ist letzte letzte geschubt auch die für mich ist ja nicht da jetzt ich bin schub Oh, hallo. Ja, 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 ja. Oh, nice. Da wäre der Kuchen gewesen. Der Kuchen. Der keine Lüge isst. Nee. Oh, Gott. Warte. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mich jetzt mal umdrehen. Äh. Äh, was zum... Der blöde Ente. Warte mal, wir müssen ja da oben wieder... So. Oh, ich habe die Flügelchen, okay. Ach so, ach so, mein Frosch, mach dem nichts. Ich habe dir die Schweine befreit. Du kannst jetzt um Hilfe rufen. Mit dem Linken. Okay, dann halt nicht. Bin ich da rübergekommen? Ach so, ich kann das hier einfach draufstellen, theoretisch. Nee, kann ich nicht. Hä, wieso soll ich... Ja, klar, weißt. Sicher doch. Ach, da oben bist du. Ich habe die ganze Zeit gar nicht gesehen, wo du bist. Was zum Geier. So, und jetzt da oben mit der linken unteren ums Hilfe rufen. Genau, dann kommen die Schweinchen zu dir. Okay, okay. Und dann kannst du aufsteigen. Für einen wilden Ritt. Yes. Äh. Was macht das Viecht bei mir? Jetzt musst du absteigen, da ist ein Checkpoint vor dir. Okay, also. Jetzt kann ich mich zu dich behemzen. Yes. Oh. Oh, cool. Yeah. Success. Yes. Yes. Not too shabby. So, was kommt jetzt Schönes? Oh, no. I see what he did. I see what he did there. Ah, oder so. So geht's natürlich auch. Ja. Ich weiß noch nicht, so richtig, wo wir hin sollen. Ich auch nicht, aber ich würde mal... Ah. Davon ausgehen... Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt. Dass ich den Stein vermies. Ach so. Warte, ich muss da vielleicht... Ah. Wieso habe ich das nicht aktiviert? Okay, jetzt da oben. Jetzt müsstest du rüber können. Ach so, nee. Dann musst du dich wahrscheinlich irgendwie... Oh. Hab den Headbeeren gefunden. Ja, aber dann musst du dich jetzt wahrscheinlich kaputt putzen, weil ich kann es dir glaube ich nicht, äh... Oh. Oh, jetzt habe ich den, äh... Wollte ich eigentlich gar nicht... Nein! Äh, ach, da bin ich. Okay, ich muss das gerade erst mal checken. Oh, wirst du... Ach, da ist noch ein Rätsel. Ich mache... Ich kümmere mich mal ums Rätsel, ne? Ja, ich versuche den... So. Hi. Oh. Oh. Hallo. Nein, ich kann nicht. Da oben ist nur eine Erdbeere oder wie? Ach so. Aha! Nein, 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 nein. Oh, ich habe schon wieder einen. Das kam unerwartet. Performance, Archie. Ich nehme den Linken, weil ich bin Linkshänder. Also... Wow. Nein, ich... Irgendwie? Kann man das nicht dreimal machen? Ich konnte es irgendwie nur zweimal machen. Eigentlich geht das doch dreimal. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie fehlt mir immer ein... Das ist nur so ein bisschen. Das ist sehr strange. Oh, sorry. Macht nichts. Also irgendwie... Ah! Hm. Ich... Eine Vermutung, ich habe. Yes, yes. Just do it. Ah, man muss sich noch den Booster holen. So. Oh, das war... Äh, aber wie komme ich jetzt hier raus? Wieso bist du jetzt da unten? Ja. Geht das vielleicht eher nach da weiter? Ach, die bleibt da drin stehen. Okay. Die bleibt da drin stehen. Das heißt, die scheißt mich dann darüber. Wir haben den Checkpoint... Die Checkpoints in falscher Reihenfolge eigentlich ausgelöst, weil... Ja. ...wirst du jedes Mal da oben. Aber egal. Ja. Blockier mich halt. Absolut. Ich glaube, ich sehe nicht recht. Nice. Ich auch. So. Dann auch so, ne? Dann halt so, ja. Oh, Mann. Ich habe einen Mauszeiger im Bild. Ne, ist das auch. Ungeheuerlich. Dürfte aber in der Aufnahme nicht sein. Wobei, ne, ich habe ja gerade gar nicht Bandicam. Ich habe ja gerade Dexter hier am Laufen. Stimmt ja. Da weiß ich es nicht, ob der die Mauszeiger mit aufnimmt. Tja. Ich hatte voll den Gegens-Schwup noch. Jetzt hast du es auch mit Swup. Ja, natürlich. Swupen ist einfach alles. Ja. Wo bin ich? Ach, da bin ich. In your face. Nasse. Das ist ein Zug. Keine Ahnung. Ich habe nichts gemacht. Du warst da zuvor. Ach so, ich bin vor Sinn. Ja, guck mal. Man landet da automatisch auf dem Schalter. Da oben links. Das geht gar nicht anders. Das macht sich automatisch für den zweiten Zug. Wenn ich den hier erst mache. Ah, dann verschwindet der. Okay, das heißt, ich brauche dich hier. Wir haben noch keinen Checkpoint. Ich kann nicht. Ja, ne, du musst halt da legitim hin. Ach so, ne, ich müsste ja dann da hochhelfen. Weil bis hierhin müsstest du ja so kommen. Indem du dich schleudern lässt. Jetzt land doch einfach mal dazwischen. Ja, schaff die Seiten. Und jetzt kann ich hier, ne? Ja, so geht's auch. Ja, geht's, Sir. So. Und dann muss ich mich hier draufstellen und du musst da ganz schnell rüber. Na! Ich sehe. Ja. So, erst mal dazwischenlanden und dann, zack. Ich. Okay, direkt springen. Ich merke schon. Oder den hier machen. Ah, der klappt nicht. Doch, jetzt. Hi! Ach, das geht sogar so. Oh, wusste ich gar nicht. Ich wusste es echt nicht, sorry. Also, wenn du mit dem rechten springst, dann kommst du auch direkt darüber. Na, jetzt kann ich hier drauf. Jawohl. Äh. Äh. Ja, jetzt kann ich es eh vergessen, weil, äh, ja. Ne, da ist ein Porter. Oh, der mir nichts bringt. Der hätte, hättest du auf den Ding und davor stoppen müssen, aber das weißt du ja nicht. Ne, das war einfach nur so. Tschui. Immerhin in A. Yes. Aber wir können gleich weitermachen sogar, weil wir haben erst elf Minuten. Hm, sind nicht lang gut durchgekommen. Sehr, sehr, sehr. Let's try. Yes. Wow. Miese Falle da. Echt gemeine Falle. Vor allem, ich fall schon wieder drauf rein, ne? Ja, oh, das geht auch noch hoch. Okay. Genau das ist mir auch passiert. Ich wollte auch so nur so ganz leicht springen. So ganz leicht springen. Ja. Oh, danke fürs Falle. Auf den See. Okay, ich bin tot. Ab ihn, Jackie. Ah. Jetzt bin ich auf die. Behrer nicht. Aber der ist ja schon das Ziel. Oh. Okay. Ah, der ist aber nochmal ein. Ja, warte. Er ist hier. Der Mega- Wasch. Hab ich gesehen. Ja, wenn die mir vorher schon die Vorhänge zuziehen, bevor die Zeit ausgelaufen ist. Das dachte ich mir aber gerade auch so. Also, sorry. Das dachte ich mir aber auch so. Sie hat mich voll verwirrt. Schon mal schott nicht. Ach, schafft er eh nicht. Sie hat mich voll verwirrt, ey. Das war eine Frechheit sondergleichen. Warum müssen mich die Spiele heute nur so verarschen? Ups. Oh. Oh, shit. Ja, genau so ging es mir auch. Nein. Nein. Wow. Nein. Mann. Das Zeitfenster ist aber echt klein, ne? Ja. Ups. Ich bin schon wieder... K.O. Es war ein bisschen zu früh. Ja. Yes. Go's to. Hol Checky. Hol ihn. Ach, das war so. Was? Ja. Ja, sorry. Ich war das so überrascht plötzlich. Ich check's jetzt. Du musst vorher schon auf das Blaue hochspringen. Du musst von dem Grünen auf das Blaue hochspringen, während das Blaue weg ist. Und dann schaffst du es. Verstehst, wie ich meine. Jetzt hochspringen. Und wenn so, dass das Blaue dann unter dir erscheint, dann kannst du direkt weiterjumpen. Da stehe ich gerade relativ safe. Jetzt kann ich mir das Ganze mal angucken. Wo ist denn der Checkpoint? Es gibt keinen Checkpoint. Ich muss Erdbeeren holen. Ernsthaft? Ja. Da oben rechts ist dann schon das Ziel. Dann schaffst du das. Ja, ich mach das Rätsel mal. So. Da ist ein Checkpoint. Ah, da versteckt hinter der Erdbeere. Okay, hab ihn. Ah, cool. Wie ich das einfach nicht gestaltet bekommen habe. Und du musst dann drüben warten. So, jetzt komm ich nicht drüber. Thanks. Du kannst mir ja einen Schub geben. Ja, das war die richtige Taste. Oh, okay. Ich dachte, es schiebt mich direkt da rein, aber der Kuh bringt ja eh nichts. So viel zum Schub. Und wir können sogar noch weitermachen. Wir haben immer noch 15 Minuten. Bis 20 ist ja eigentlich gemacht, okay, ne? Ja, ja. Das ist sogar die letzte da von denen. Krass. Ja, das ist so. Da haben wir direkt Sex in einem Dingens. Wow. Ich glaube, das haben wir noch nie hinbekommen, oder? Ich glaube nicht. Höchstens am Anfang vielleicht mal von der Story. Ja. Aber ich glaube von dem Kopf. Da springst du auch in die Stacheln. Ja, hör mal. Ist das eigentlich was? Äh. Tatsächlich nicht. Hauptsache mich nicht hochziehen. Ja, erstmal gucken, was da ist. Es verarscht mich nicht nur das Spiel, es verarscht mich auch schon Katan. Ach, nicht doch. Ja, danke schön. Sorry. Ich dachte, es geht da direkt rein. Ziehst du euch dann auch einfach nur ab. Das hast du genau gesehen. Ach was. Äh. Was denkst du nur von mir? Nur das Beste. Ich nehm dir das mal ab. Wo willst du denn hin damit? Damit der Schalter aktiv bleibt. Was macht er denn? Keine Ahnung. Irgendwas schalten. Ah, der oben ist. Den Teleporter macht der. Was macht der Schalter? Keine Ahnung. Irgendwas schalten. Das ist die richtige Beschreibung. Bitte kommen Sie. Ja, ich muss da erstmal hochkommen. Das ist gar nicht so einfach, wenn einem niemand hochhilft. Ich habe den Kuchen geholt. Und er ist keine Lüge. Ich habe den Kuchen geholt. Ja, weil du vor bist. Ladies first und so. Weißt du ja, ne? 17 Minuten. Ey, wir sind so gut. Ey, wir haben so einen richtigen Lauf. Sollen wir uns das nächste noch anschauen? Ja, können wir machen. Also ich muss sagen, die waren jetzt auch nicht so schwer noch. Also die waren. Nicht so wie die einen, die wir dann gar nicht genommen haben. Ja. Die sieht auch nicht gerade schwer aus. War das jetzt eigentlich auf der Seite? Ne, das waren dann erst die hinter der großen Tür. Da ist sie. Das ist mir jetzt andere Richtung. Upsi. Ja, das hatte ich auch vor. Genau das. Hi, ich komme. Ich komme. Nö. Einfach nö. Na, komm, ich komm schon. Aber weißt du, wenn man es schaffen will, perfekt auf der Kante vom Ziel zu landen, dann schafft man es nicht. Natürlich. Wow, das war sehr schnell. Oh, da ist sogar schon das Ziel. Oh. Ich habe das erste, okay. Fancy, ich habe das zweite. Fassbar. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Danke, Kamera. Ach, da ist der Kuchen. Okay. Also soll ich jetzt ziehen? Oh. Das musste jetzt erstmal wieder... Ah, da bist du ja. Ja, wow. Vielleicht schaffen wir es sogar diese ganzen neun, beziehungsweise zehn Kammern in dem Zeitpunkt. Wobei, nee, das große Tor waren ja Zeitkammern, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, willkommen, die Zeitdinger. Das waren dann mehrere auch auf einmal. Au. Das war ein guter Trick. Au. Oh, da ist noch Wasser. Du hast es geschafft, weil du auf mir laufen konntest. Tatsächlich? Ja. Du warst hier so über mir und ich war da unten und bin ständig gegen dich gedongelt. Bin gegen dich geswoopt. Wir wollen ja hier stil-echt bleiben, ne? Gut, du bist aber, du bist guter. Genau das hatte ich vor. Ja. Bin ich nicht gut. Bin ich nicht gut. Ich habe den da perfekt drauf geswoopt. Äh, hä? Ah. Ich glaube, der Ersteller mag Teleporter. Ja, he is thinking of portals. Weiß schon. Yes, yes, yes. Ja. Hauptsache, du schaust das, was ich vorhatte. Dann geh mal da oben auf den Schalter. Thanks. Ach, da ist was. Ah, weil da so ein Ding ist. Klar. Ja, nee, macht Sinn. Ja, jetzt wollte ich uns das Ding darüber holen und Katan so. Nö. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So, ich habe den Schalter mal blockiert. Äh. Unglaublich, wie die schon wieder vorwärst. Unglaublich. Bin doch schon längst fertig. Ich muss hier das erstmal verarbeiten und du... Ach ja, Ziel. Er so, swoop, swoop, swoop. Du bist zu schnell für mich. Äh, das wollte ich ja nicht schon... Okay. Äh, das hier sind dann die Zeitlevel, ne? Ja, okay. Einfach mal reingucken, kurz. Okay. Wenn die auch so leicht sind. Eine Schweinerei. Und das Vieh aus Castlecrushers. Inzwischen kennen wir's. Hier. War doch ein nettes Vieh, oder? Oh, absolut. Ich mag das Design. Hm. Ah, Zeitlevel eindeutig. Mhm. Au. Ach, wir hängen hier nur so rum. Das fängt jetzt... Das fängt jetzt schon geil an, ne? Hui. Da ist doch irgendwo eine Fahr... Ja, do it. Thanks. Yes. Bin ich... Ach, da oben. Oh, hallo, da ist er ja. Ah. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Ah, ich komm hier nicht weiter. Ich bräuchte hier... Ach so, du hast ein Checkpoint aktiviert. Ja, dann kann ich auch einfach mich töten. Okay. Hehehehe. Ich komm... Wir müssen aber eh zurück. Seh ich gerade. Hier ist nichts mehr. Okay. Ich hol mir halt dabei noch das Dingens hier. Ach, da, da, da. Ach, da, 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 da. Uh. Ey. Toll, jetzt sitzt der da drin. Aber das sollen wir eh nicht hin. Nichts? Aha. Und ich sitz mit ihm. Ne, ähm... Hä? Oh, das wollte ich dich. Geh mal auf das Ding da unten. Dann wäre da echt nichts übersehen oder so. Ne, da geht nichts. Nein, nein, guck mal, das Ziel ist da unten. Hä? Ja, aber wie soll man denn da hinkommen? Ach so, die Dinger hätten einen hochgeschleudert. Kann das sein? Nein. Ja, keine Ahnung. Ähm. Keine Ahnung. Nein. Okay, ich wollte noch für dich verlängern, weil ich schon wusste, ich werde es nicht mehr schaffen. Warte, erst rechts. Ja. Warte, rechts, rechts, links, jetzt links. Genau. Ich schau, äh, check mal hier links aus. Da ist auch nur tot. Okay. Ich habe immerhin die Erdbeere. Ja, genau, benutze mich als Trittbrett. Du Trittbrettfahrer. Natürlich. Wollen wir es schon wieder? Ja. Ah, oh, au. Hä, aber wie soll man da runter? Och, ich weiß wie. Die Brücke. Wir müssen das Fisch schon da reinlenken. Okay. Und dann geht rechts die Brücke weg. Ja, natürlich. Ja, was soll ich machen? Ich konnte es nicht timen. Äh, wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Ach so, okay. Perfekt. So. Jetzt geh hier mal runter, du Fisch. Danke. Uff, wie bist du denn da unten hingekommen? Ja, durch irgendeinen Teleporter. Und jetzt kann ich nämlich hierbleiben und du kannst nach rechts gehen. Geh nach rechts, geh nach rechts, geh nach rechts. Ich lasse jetzt los. Ach so. Ich sehe. Na, du hättest von oben wegmachen. Ach, da ist ein Dingens. Äh, wow. Ja, und jetzt. Oh, das könnte eng werden. Oh, was? Oh, fast. Nein. Noch mal? Ja. Der hat ja nicht das erste Mal das Part zu lang werden bei uns. Natürlich. Ernsthaft? Jetzt bleibe ich da so stecken. Und irgendwie bist du die einzige von uns hier, die es da rüber schafft. Ja, nur jetzt hatte ich die Kamera einfach nicht mehr mitgegangen. Jetzt habe ich es gecheckt. Okay. War das der hier? Nee, das war der linke. Wahrscheinlich. Okay, bin ich. Ja, ich habe es auch geschafft. Hi. Hi. Ach so, das hat mich jetzt nicht mehr geschleudert. Ja, komm noch her. Ja, hier. Ja, fein. Schnappi, schnappi. Ja, fein. Magst du mal nach rechts hochspringen oder so? Ja, ich habe es eben schon versucht, aber er hat mich dann geschnappt. Ja, hier. So. Fein. Ja, okay, solange uns nichts stört. Ja. Äh, hallo? Vieh. Jetzt hält er das alles auf. Ja, genau. Gehen wir einfach beide runter. Perfekt. Nein, mein. Thanks. Ah. Toll. Ähm, ja. Geht du rüber. Ich mag hier das mal nochmal. Weil du kennst den Weg schon besser. Ja. Ich spiele so lange mit meinen Fröschen. Die Erdbeeren. Ach so. Wow. Die musste man also doch mitnehmen. Davor hatte es immer so viele im Überfluss und jetzt, weißt? Ja. Ich habe es auch erst zu spät gemerkt. Oh, wo bin ich jetzt? Ach da. Zack. Komm her, du Vieh. Hi. Ah, vielleicht sollte ich erst den Checkpoint hier aktivieren. Äh. Wäre günstig. Ja. 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 Komm mal her. Jetzt kannst du den Checkpoint aktivieren. Ich habe mich geopfert. Okay, ich habe ihn. Och. Ja, komm. Fein. Fein gemacht. So. Geh rüber. Wie viele Dinge haben wir? Da kann ich nicht ansehen. Okay. Sorry, ich sollte da runter. Irgendwann sagen wir lieber mal runter. Er ist aber offen, alles. Ja. Perfekt. Weil ich eben da die eine zuvor noch mitgenommen habe, von da oben. Ich spiele so lange mit meinen Fröschen. Naja. Oh, hier werde ich direkt mitgeportet. Nice. Oh, wow. 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 Also hier unten ist. Nicht gesund. Ich habe immerhin die Erdbeere. Nice. Äh. Ach so, hier kommt man hoch. Ah. Oh. Autschen. Nein. Boah, ich bin direkt in der See gelandet. Ja, ich versuche trotzdem mal noch hier vielleicht die ein oder andere Bäre mitzunehmen. Ja, ich habe da unten jetzt auch einen Checkpoint aktiv. Ne, so kriege ich sie nicht. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Also eine habe ich schon mal. Zwei habe ich schon mal. Geh weiter, geh weiter. Ich habe die Bären. Ja, ich würde gerne. Weiß aber nicht wie. Warte, geh da. Äh, upsie. Die umstapeln, weißt? Ja, ja, das wollte ich die ganze Zeit, aber ich schlag mich immer selbst. Ja, das tut. Das wollte ich die ganze Zeit machen, aber ja. Nein. Nein, ich wollte dir doch helfen. Okay, geh weiter. Nee, geh weiter. Pack am besten den gelben da drauf. Ich kann ja versuchen, mir was zu bauen. Na, egal. Ich furze mich einfach zu dir. Ja, hier sind wieder diese Steine, die ich nicht kann. Oh, ich habe mich selbst auch umgebracht. Wow. Ja, ich schaffe das so oft bei diesen blöden Steinen. Ah, ich habe einen. Ja, nice. So. Zack, zack. Sorry, die werden jetzt einfach mal... Naja, Hauptsache durch. Wie ich die stapel, ey. So, und durch. Eine Minute noch Zeit. Sehr schön. Dafür kannst du andere Sachen besser. Zum Beispiel dieses komische Rutschen. Ja, ja. Das war im Normalfall eher dein Ding. Ich glaube, bei einer Map habe ich es mal besser hingekriegt als du, obwohl du normalerweise warst immer du das. Ach, das war es schon? Ja, wow. Die Zeitlevel hier machen wir erst aber nicht mehr, würde ich sagen. Nee, nee, ist jetzt eine halbe Stunde. Ich würde sagen, das passt. Yep. Wow. Das ist, glaube ich, wirklich das erste Mal, abgesehen vielleicht von den ersten Storyparts, wo wir alle von einem Ding in einem Level in einem Part geschafft haben. Ja, ja. Ja, gut, aber dann würde ich sagen, war es das erst mal für jeden Part, ne? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich hattet ihr wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würden wir uns natürlich sehr freuen. Und wenn ihr auch beim jeweils anderen Mal vorbeischaut. Und ja, auch beim nächsten Mal am besten wieder. Und dann, ja, ciao, ciao. Tschüss.